Wirklich schade, dass wir nicht mehr Zeit mit Zaubern verbringen konnten. Sie haben unseren neuen Zauber sicher geübt. Jawohl, Professor. Tja, so schnell hat sich wohl noch niemand an einen Zauberstab aus zweiter Hand gewöhnt. Mit Ihrem eigenen werden Sie noch viel stärker sein. Danke, Professor Fick. Ich möchte Ihnen danken, dass Sie mir helfen, bevor das Schuljahr... Eliezer! George! Schön, dass du trotz der eher kryptischen Beschreibung dieses Ortes hergefunden hast. Ich apparierte schon zu vageren Orten als diesem. Doch beim ersten Versuch habe ich mich wohl etwas verrechnet. Die Theaterbesucher am Westend dürften sich sehr erschrocken haben. Es ist so lange her, als deine Eule ankamen. Also ich... Liebe nicht hier, Eliezer. Natürlich. Sprechen wir auf dem Weg nach Hogwarts. Uns erwarten ein Festmahl und eine Einführungsfeier. Grandiose Idee. Solange dein junger Schützling hier nichts dagegen hat. Überhaupt nichts, Sir. Nach Ihnen. Ewig her, dass ich im Schloss war. Wäre gut, den alten Steinhaufen wiederzusehen. Woher-er� Untertitelung des ZDF, 2020 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 Nur ein bisschen. Nehmen Sie. Dieser Mega-Power-Tank bringt Sie schnell wieder auf die Beine. Was ist passiert? Armer George. Warum musste er? Was hatte das blöde Vieh denn? Eine Kutsche im Flug angreifen? Ein Drache würde niemals... Professor? Sir, wo sind wir? Ich bin nicht sicher. Aber das war ein Port-Schlüssel. Port-Schlüssel? Ein verzauberter Gegenstand, der einen an einen bestimmten Ort bringt. Ich fühle mich besser, Sir, falls Sie sich umsehen möchten. Ja, aber... Bleiben Sie bei mir. Wir wissen nicht, wer ihn erschaffen hat. Oder warum? Wie weit hat uns dieser Port-Schlüssel nur gebracht? Weiter weg von London, als der Wagen fuhr. Wir sind irgendwo im schottischen Buchland. Sir, diese Ruinen. Glauben Sie... Der Port-Schlüssel sollte uns herführen? Das glaube ich. So haben wir beide uns den Tag sicher nicht vorgestellt. Aber Merliem hat George den Port-Schlüssel aus einem Grund geschickt. Und ich glaube, dass Sie und auch George bei der Suche nach dem, wohin er führen soll, sterben. Nun, wenn es Ihnen gut geht und Sie nichts dagegen haben, ich würde mich gern umsehen. Auf jeden Fall, Sir. Gut. Lassen Sie uns hier nach einem Pfad suchen, wie verblasst er auch sein mag. Schön aufpassen. Was denken Sie, woher hatte Ihre Frau den Port-Schlüssel, der uns herbrachte? Eine gute Frage. Merliem hat jahrelang nach Beweisen für eine längst vergessene Form von alter Magie gesucht. Alte Magie? Ja, eine mächtige Magie, die nur wenige beherrschen. Sie scheinen vergessen, warum zu sein. Schloss Hogwarts wurde durch Sie errichtet und... ...ist ein Hauptauf dieser alten Magie. Ich weiß nicht, wie sie in den Besitz des Port-Schlüssels kam. Aber ich bin sicher, er hatte mit der Suche zu tun. Aber Sir, warum hat Ihre Frau nach Beweisen für verlorene Magie gesucht? Merliem wollte verstehen, warum so mächtige Magie aus der Welt der Zauberei verschwunden ist, obwohl sie Gutes bewirken kann. Aber Magie ist nicht anders, als sie jede andere macht. Was wirklich zählt, ist derjenige, der sie ausübt. Ist das Eis? Es ist hier nicht kalt genug. Anscheinend ist es eine Art Verzauberung. Jemand wollte den Pfad blockieren. Schauen wir uns Ihr Können mit dem Zauberstab an. Fokus auf das Zentrum. Fokus auf das Zentrum. Das war etwas häufiger als erwartet. Ihr Können verbessert sich immer weiter. Danke, Sir. Ah, da oben. Nicht mehr weit, gleich davon. Bleiben Sie ruhig. Preparung! Fast geschafft! Warum hat das jemand hier gebaut? Ich schätze, um für sich zu sein. Der Portschlüssel hat uns hierher geführt. Halten wir die Augen offen nach etwas, das nicht hergehört. Jungs! 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 Professor, es ist eine Art Wandbild. Vielleicht hellseherisch begabt. Interessant. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Warum sollte jemand diesen Stein hierher beschworen haben? Und wie kann dahinter ein Raum sein? Welcher Raum? Ich sehe da nichts. Wieder dieses Leuchten, wie auf dem Portschlüsselbehälter. Du hast Merlins Namen. Mein Gott, Ricks Herz. Wo sind wir? Das glaube ich nicht. Hallo? Un Leuchten. Einen Moment. Willkommen bei Gringotts Zaubererbank. Verlies zwölf, nehme ich an. Ganz genau. Schlüssel? Der Schlüssel Ihrer Frau. Oh, ja, natürlich. Hier entlang. Bleiben Sie bei mir. Nach Ihnen. Lassen Sie Ihre Hände im Wagen, wenn Sie sie behalten möchten. Wie viele Verliese gibt es in Gringotts? Hunderte. Auf dem Weg zu Verlies Nummer zwölf sind einige davon zu sehen. Im Moment sind wir direkt unter dem Haufen vorliegen. Diese Verliese sind am Neuesten. Sind private Eingänge in die Bank für Gringotts normal? Eine Seltenheit. Nur jemand mit viel Geld oder Macht oder Beide könnte solch einen Dienst beanspruchen. Sie sind mit dem Diebesfall vertraut, wie ich sehe? Hab ich gehört. Hier befinden sich die unteren Verliese. Wie tief geht es denn? Verlies Nummer zwölf wurde kurz nach Gringotts Gründung vor 400 Jahren in Dienst gestellt. Es befindet sich im tiefsten Teil der Bank. Festhalten, ein gutes Stück liegt noch vor uns. Verlies Nummer. Verlies zwölf. Ein großer Tag. Weiterfahren. Professor, das Armband, das der Kobold trug, hat geleuchtet. Wie das Leuchten auf dem Port-Schlüsselbehälter? Nein, dunkler. Es war auch auf dem Halsband des Drachen. Wie meine? Wir haben uns über den Kobold da hinten gewundert. Er wacht über den ältesten Bereich der Bank. Kaum Besucher dort heutzutage. Da sind wir. Wann wurde dieses Verlies zuletzt genutzt? Jahrhundertelang war ein Kobold an meinem Tisch stationiert. In all der Zeit war niemand je in Verlies zwölf. Bis zum heutigen Tag. Verlies zwölf. Vielen Dank für Ihre Hilfe. Was meinen Sie, wonach wir hier suchen sollen? Ich weiß nicht. Sir, vielleicht können Sie... Mit den Anweisungen für Verlies zwölf soll ich dem Besitzer des Schlüssels Zugriff gewähren und dann die Tür schließen. Halt! Jeder voll. Professor? Es kam jetzt wirklich unerwartet. Ich muss denken. Hier muss doch irgendetwas sein. Hm. Reveglio vielleicht. Reveglio? Ja. Ein Enthüllungszauber. Jetzt wäre er gut. Schauen wir mal, was wir übersehen. Zauberstab bereithalten. Zauberstab bereithalten. Tricky raus? Zauberstab bereithalten. Zauberstab bereithalten. Auch ein Einst проблема. Zauberstab bereithalten. Si, baulo so. Etwas näher und probieren Sie es nochmal. Eine Tür. Ah, ein Anfang. Da ist das Symbol wieder. Ich schätze, Sie wissen nicht, wie man... Ich weiß es, Professor. Das Symbol leuchtet genauso wie das auf dem Portschlüsselbehälter. Falls sich Ihnen ein Weg offenbart, wage ich zu behaupten, wir haben das Geheimnis des Verlies entdeckt. Revivio. Gehen Sie vor. Lumos. Das ist kein normales Verlies. Wir müssen uns den Weg hier heraus verdienen. Was meinen Sie denn mit verdienen? Glauben Sie, das ist vielleicht eine Art Test? Genau. Aber den Zweck kenne ich nicht. Mir nach. Es gibt kein Disapparieren, wenn etwas schief geht. Nicht aus Gringotts. Da vorne ist etwas. Was ist es? Das Leuchten wieder. Diesmal auf dem Boden. Glückwunsch. Wir müssen uns hierher zurücksichtigen. Was ist passiert? Lumos! Was ist passiert? Als ich zum Leuchten gegangen bin, schien es plötzlich, als würde der Boden sich unter mir drehen. Geht es Ihnen gut? Ja, Sir, alles gut. Sie haben den Boden anscheinend verändert. Die Statue. Welche Statue? Ich sehe eine Art Statue, aber nur als Spiegelbild auf dem Boden. Es muss einen Grund für dieses Spiegelbild geben. Revena, ich denke, das haben Sie als Spiegelbild auf dem Boden gesehen. Das stimmt. Das Spiegelbild ist noch da, aber die Position der Statue passt nicht. Halt! Als Sie sich bewegt haben, hat das Spiegelbild sich zum Licht gedreht. Hm, vielleicht hilft hier ja Lumos. Lumos, sehr gut. Das Spiegelbild dreht sich jetzt zu mir um. Es folgt wirklich dem Licht. Lumos. Dann fallen weils schon. Dann fallen wir jetzt über die Sarallen. Bis hier. Expulso! Vestrioso! Vortrengo! Vesento! Expulso! Vervioso! Vortrengo! Depulso! Vervioso! 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 Vesento! Vervioso! Konfrento! Stufo! Epulso! Expulso! Konfrento! Konfrento! Stufo! Desetto! Konfrento! 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 Kommen Sie! Lewis! Kommen Sie! Professor Feig! Professor, wo sind Sie? Das ist nicht gut. Wohin soll ich nur gehen? Was passiert hier? Die Spuren der Magie scheinen mich irgendwo hinzuführen. Ah! Dorthin führen Sie mich! Das läuft mir wieder! Das läuft mir wieder! Ah! Dorthin führen Sie mich! LUMOS! LUMOS! RIVELIO! Ich bin wohl auf mich allein gestellt. LUMOS! Ich muss die schenken! Ich hab wohl keine Wahl! Ich werd' mir meinen Weg herauskämpfen müssen. Protego! Stoops! Protego! Stoops! 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 Protego! Stoops! 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 Lubras! Stoops! Revive! Stoops! Na, da sind sie ja! Wie haben sie? Wo sind wir hier? Ich weiß es nicht. Aber ich hab' das hier gefunden. Schwebend über dem... Becken. Es ist mehr als das. Ein Denkarium. Um Erinnerungen zu sehen. Mal sehen. Kopf runter. Alles ist bereit. Und der Porch nüssen? Ist gut versteckt. Ist gut versteckt. Ich frage mich, ob der von uns erschaffene Pfad... Unmöglich nachzuverfolgen ist? Es ist nur möglich für jemanden, der die Spuren alter Magie sieht, so wie ich. Ihre Fähigkeit zu sehen, was andere nicht können, wird nicht ausreichen. Wir vertrauen. Wir vertrauen der Person, die sich auf die Reise wagt, mächtige Geheimnisse an. Wissen, dass andere unbedingt besitzen wollen. Ja. Und wenn wir Recht haben, Charles, dann ist die Hexe oder der Zauberer durch Abschluss der Prüfungen würdig, das Wissen und... ...die dazugehörige Verantwortung zu erhalten. Wir haben alles getan. Das sehen Sie also. Das Leuchten, das Sie umgibt. Ja, Sir. Erstaunlich. Sehe ich etwa... Magie? Spuren alter Magie genau genommen. Die Magie, die Miriam immer für möglich gehalten hat. Aber nie. Miriam und vielleicht George starben auf der Suche nach jahrhundertelang vergessenem Wissen. Und Sie, scheint mir, sind der Schlüssel zu all dem, wir... Sieht aber ganz anders aus als gerade eben noch. Da kommt jemand. Wer war das? Ich weiß nicht. Aber, Sir, Sie sollten nicht hier sein. Wusste ich's doch. Renrock. Mein Ruf scheint mir vorauszueilen. Ich dachte schon, niemand schaut je in Rackhams Verlies vorbei. Und warum sind Sie hier? Nicht doch. Gib mir einfach, was ihr gefunden habt. Dann lassen wir die Vergangenheit ruhen. Ähm, äh, Sir, Sie hatten den Verlies-Schlüssel. Sag jetzt nichts Unüberlegtes. Das... das soll nur heißen, dass die Anweisungen für Verlies 12 deutlich waren. Sir, es tut mir leid. Nur die Person mit dem Schlüssel hat Zutritt. Und Sie hatten keinen... Ich habe keine Geduld für Verräter. Nun... Wo waren wir? Ich gebe Ihnen da nichts. Hm... Tja... Vielleicht ist ja der junge Mann hier hilfsbereiter. Ich habe keine Geduld für Verläufe. Ja, der Tag! Professor! Alles in Ordnung? Ja, Sir. So ein mächtiger Kobalt. Meine Magie scheint Ihnen gar nichts anzuhaben. Wo, wo sind wir? Unmöglich. Die Leute hinter dem Denkarium, dem Medaillon und dem Zugang dazu wollten jemanden mit ihren Kräften hierher locken. Los, die Einführungsfeier wartet auf uns. Die Möge ist einig, das ist einig, das ist einig, das ist eine Kräften, die wir jetzt nicht mehr verraten. Das ist einig, 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 das ist einig. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020